ich bin nicht so wie felix ich finde das sieht so funny aus ja ich habe rüstung das mache ich jetzt nicht ich wollte gerade meinen öffnungsschlag machen ja jetzt auf jeden fall was sagen ja so aber doch auch mal so ein bisschen früste da ich jetzt schon relativ schorn gemacht eine klinge gehört euch ich glaube ich muss ich glaube ich renne nein ich brauche mein ulti schade jetzt hätte ich nämlich mein ulti ja ich auch und ich hätte noch flash ich glaube ich hätte es gekriegt aber nein es war besser es nicht zu tun ja also gekriegt hätte es mich wahrscheinlich schon nur ich hätte wahrscheinlich dann auch gekriegt ich glaube ich weiß was ich mir jetzt kauf ich kauf mir jetzt was cooles sag ich nicht okay jetzt wird es dann langsam mies ich glaube ich sollte mich auch mal ins pushen machen ich sollte langsam mal in die pushen kommen man du hast schon ein riesen schwert so so lass mich mal bitte rück hoch machen okay ich brauche mir so lange was allen ich brauche nämlich 1600 keine Ahnung was zu viel im Shop kostet das ist wirklich schon komplett eifen warum ich glaube ich mache rückzieher das war scheiße ich habe mal wieder alles verballert höre wahrscheinlich nichts oh man ich muss unbedingt dein Geld kommen ziemlich blöd gelaufen push mal bitte was ich? ja ja dann kommen die Vasallen von deinem Tower weg dann kann ich sie wieder killen achso okay das kann ich machen ich dachte jetzt eigentlich ja daran dass die ich selber pushen soll weil dann bekommt ja 150 oder so wenn man einen Tower killt ne ja okay das kannst du auch machen wenn du es hinkriegst ja ja wenn wir selber pushen wäre ja dann einfach nicht zu pushen boah das nächste mal bin ich stark kann man so sagen ah Lachs hier geht's ich habe gleich die Kohle zusammen dann kaufe ich mir epic item ich zeige euch den Weg okay mein Money ist zu weit aber ich will irgendwie nicht hier meinen Tower alleine lassen ich glaube ich meditiere hier jetzt mal okay ja ich wollte nur noch die Vasallen dürfen ich habe recht nicht dran lassen das ist sinnlos kill bringe ich hier sowieso nicht ja bis du mal einen Schick gerufen hast so ich habe ein epic item ich sehe es nicht hau von meinen Tower ab ja guck halt mal auf mich drauf ach fähigkeitsstärke äh äh also trotzdem kann ich noch kein eins gegen eins machen da du einfach viel mehr dmg hast wie ich um die 100 mehr um die 100 mehr ja ja trotzdem es läuft jetzt nicht so wie ich das will ja nein pfi aus weh wie geht und fettig du kannst schon einen Jungle und die Red Buffalo Pooh holen halt das rojo ich weiß nein 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 warum ich habe schon beide Tower verloren ja und ich habe Geld bekommen Aquasalmi ich find's cool wir nach ich nicht überhaupt mein Bruch ist jetzt auch schon da so schlecht dran das wäre du Meditation einsetzt kann ich das auch auffallen leuchtet im Weg an sich bestimmt das ist nämlich gar nicht schlecht ja das ist nämlich auch die Sache dass mir bei Jiggy eigentlich meistens das Mana da geht eigentlich nie das live aus denn ich hab mir dann immer ich ruhe mal weg ich ruhe mal weg ich ruhe mal weg ich ruhe mal weg zwei Minuten ich ruhe mal weg ich ruhe mal weg ich ruhe mal weg das wären auf jeden Fall zwei ja das wird noch ein längeres Game das wird noch ein längeres Game was oh nein er war es allen Burschen also bisher bin ich ziemlich am verlieren ja das stimmt ja das stimmt ich ruhe mal weg wir schlagen jetzt zu oh deine INVERSALEN hauen ja Damage rein muhaha muhhaa muhahahahahahahahahah Mann, ich hätte den anderen Last hätten sollen. Wer auf dich hochzubrecken? Kann ich nämlich auch. Wird irgendwo angekommen, wie lange das Mana-Buff funktioniert. Äh, wie lange noch? Äh, ja, oben. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Habt keine Angst vor dem Tumor. Wird so ein Salen füllen, dann auf der Tower gehen. Solange er weg ist, kann ich mich durchpushen. Du musst vielleicht gießen, aber meine Plüge gehört euch. jetzt kommt mann was deine versallen haben auch was zerstört hier unten na kacke nein lohnt sich doch die meine taktik für gr zumindest gegeneinander ja doch mein blut raus weiß nicht wie es heißt ja komm jetzt wie lange bist du tot vielleicht kann ich die kacke in dieser zeit beenden dann hätten wir gleich viel kills aber ich habe nicht mehr gepusht ich zeige euch den weg ja aber warte bitte noch kurz ich mag noch was ausprobieren max was negatives für mich ob ich das hier machen kann was ist das okay ich glaube das bricht ab was ist das von meinem item dann du bist schneller mein schieße ich dann weiterhin auf lädt auch mal ich hätte eigentlich nicht auf dich warten sollen das blöde gutmütigkeit ich habe ich habe alle attacken mit und mein mein lebensraub ist natürlich jetzt am arsch das heißt jetzt bin ich dir für mich ausgeliefert habt habt keine Angst vor dem unbekannten mit gelaufen ich mach trotzdem was was terroipke nix 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 terroipke halt was was wie hau ab Ähm, GG 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 Ja, also jetzt müsste ich gewonnen haben Nix da, nix da, nix da Ja Ah, ganz gern GG Sehr schön Hab mich jetzt echt gewundert, aber ich Also mein, du hast halt da ne andere Cheat